Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Kamera Obscura. Das war schon mal Mist. Wie gewohnt fleißig am Failen. So. Mistplopp. So. Okay. Okay. So. 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 doch einfach okay das war super clever so hat noch gereicht okay ja wie gesagt sehr sehr interessante spiel vor allem was ist das denn okay so clever Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Nicht springen, so. Ich kriege das hin, ich kriege das hin. Okay, ich kriege das hin. Man, 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 kreler, kreler, kreler. Ja, ich rede mit mir immer so. Ich kriege das hin, ich kriege das hin. Ich kriege das hin, ich kriege das hin. Ich kriege das hin, ich kriege das hin. Okay. Ja. Ja, ich kriege das hin. Ja, ich kriege das hin. Dann kann ich das hin. Diesmal, ach. Mann, nee. Ich habe schon wieder gekuschelt hier in den Typen. Okay, das wird noch spaßig. Hallo? Ich will nicht mit dem Kuscheln. Der lässt einen auch nicht drüber springen. Diese Rotte. Okay. Genau in dem Moment springt der. Ja. Nein! Mist. Also, das Spiel sieht zwar total billig aus, aber es ist echt nicht einfach, finde ich. Also, wobei ich jetzt nicht sagen will, billig aussehen. Nee, das ist das falsche Wort. Ähm, vom Schwierigkeitsgrad. Nach dem Motto, ja, man kann sich halt die eigenen Dinge machen und so. Ah, ich wollte ihn gerade rausschubsen. Oh, ist es wahr. So. Das sind so die Momente, wo man am liebsten in den Controller beißen möchte. Ja. Hier auch zum Beispiel so. Oh Gott. Bist du mir da, falls ich jetzt nicht ganz so viel spreche? Mir fällt das gerade gar nicht so auf, wie viel rede ich überhaupt. Ähm. Ähm. So. Ich nehme mal das. So. So. Ah. Es hätte funktionieren können. Oder auch nicht. Ah. Wird zu früh. Ganz chillig, so. Nein! Mist. nur aber ich fürchte das wird noch schwieriger krasch Äääät... Ich habe hier eventuell ein Foto vergessen, aber es geht mir nicht darum, 100% zu haben, um durch das Spiel durchzukommen, auch wenn diese Fotos echt sind, zu sammeln und so. Ha 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 Oh ah Okay. Das war nicht clever. Das auch nicht. Aber das. Unendlich, oder wie? Ist es wahr? Willkommen zurück zu Let's Fail mit der lustigen Kamera. Das Spiel ist echt anstrengend. Das Spiel ist wirklich anstrengend. Äh, so in einigen Augenblicken. Äh, so... Das war's für heute. bewegen sich mit einer doofen Geschwindigkeit, aber ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.